Der Befohlene Spähtrupp-Rebaukel klärt demnächst den Befehl auf und bezieht nun einen Beobachtungshalt. Der Spähtruppführer weist seinem Alpha-Fahrzeug seinen Beobachtungsbereich zu. Die leichte Spähgruppe befindet sich nun bei der Aufnahme der eigenen Teile. Um das Vorfeld näher zu betrachten, entscheiden sich die abgesessenen Teile zum Einsatz einer Likardodrohne. 2, 3, feindlicher Gefechtstand verschlagen, kommen. Die Artillerie Einschläge bei Koordinatio 10-10 M0. Herr Riegerbaukel, Gefechtstand in Kürt. Herr Riegerbaukel, Gefechtstand in Kürt. Und hattest du dir nachher! FIN Du kannst das Kotze auch nur nicht weggelegen. Aufgesprange Julius Piovekel, Gefechtstand, Corderoa disguise. Und zwar dès die Oberfläche auf der Oberfläche. Einen Beobachtungsbereich der altri muss erAAAAAAAABV-Run. Hass in Kürt. Ich kann nicht verstanden. Alba, also bitte starten. Der Mauchel reicht aus. Du hast da nichts. Ich habe mich freudig. Ich habe mich freudig. Ich habe mich auf den Schiff. Der Mauchel steht nach Hausreichel. Der Mauchel steht nach Hausreichel. Der Mauchel steht nach Hausreichel. Dieser Mauchel stellt nach Hausreichel. Der Mauchel geht das von Bern von Bern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020